Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchvorstellung. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben ein so schweres Buch euch vorgestellt. Aber es ist kein Wunder, weil das hier ist ein Hardcover-Sammelband, also eine Trilogie, die ich hier in der Hand habe. Drei Bände von Die Legende der Zauberjäger ist hier drin von einem Self-Pap-Bücher. Was dieses tolle Buch oder diese tollen Bücher beinhalten, das erfahrt ihr nach dem Intro. Reading Book Channel. Mehr Spaß an Büchern. Die Legende der Zauberjäger als Sammelband gibt es seit Juli 2020. Das ist ein BOD-Buch, also ein Self-Publishing-Buch und von Theo Zwolle geschrieben worden. Ja, dieses Buch ist sehr, sehr fett mit seinen 656 Seiten. Auch die Seitengrößen sind ein bisschen größer, als ihr das normalerweise kennt von Hardcover-Büchern. Aber ich finde es sehr gut, dass es ein Hardcover-Buch ist, weil ich glaube, als Taschenbuch wäre das so ein bisschen labbrig. Als Hardcover-Buch kostet es 26,99 Euro und als Kindle könnt ihr das natürlich auch kaufen für 5,99 Euro. Ich möchte euch jetzt in eine Welt entführen, die in zwei teilgeteilt ist. Und zwar haben wir einmal die Zauberer, die Magier und einmal die Realisten. Also die sagen, Zauberer ist echt scheiße, wir wollen die Leute ausrotten. Und die Realisten haben irgendwann eine fette Legion gegründet, um eben Zauberer aufzuspüren und diese umzubringen. Und das haben die ganz gut hinbekommen, sodass nur noch in einigen Teilen des Landes Zauberer wohnen und leben. Und eigentlich haben die das alles so unter Kontrolle. Und wir haben unseren Tom in Band 1, der gerade an seinem Volljährigkeitstag von seinen Eltern eröffnet bekommt, Und dass er adoptiert ist und dass er eigentlich der Sohn eines Magiers ist, der eben in den ganzen Kämpfen irgendwann auch zum Opfer gefallen worden ist. Und bevor die Eltern Tom noch irgendwie was erzählen können, werden sie überfallen. Die Eltern werden getötet und Tom super schwer verletzt. Toms Freunde und einige aus dem Dorf, ja, wollen ihm helfen, aber ihm ist relativ schnell klar, er ist so schwer verletzt, da kann eigentlich nur noch ein Magier helfen. Und sie würden ganz gerne in quasi so ein Nachbar-Örtchen gehen und den Zauberer, den Magier dort bitten, Tom zu helfen. Ich weiß gar nicht, heißt er Tom oder Tom? Der wird T-H-O-M geschrieben. Sagt man lieber Tom oder Tom? Ich finde Tom schöner. Ja gut, also Freunde und Bekannte von ihm wollen dann ihn zum Magier bringen und das Dorf ist da nicht so heller voll drüber. Die wollen damit gar nichts zu tun haben, aber die Freunde sagen natürlich dann, ja, scheiß drauf, wir müssen das Leben retten, das ist unser Freund. Und machen es natürlich trotzdem. Kommt natürlich raus und das hat auch alles so ein paar Folgen, würde ich mal sagen, was sie da verursacht haben. Und da beginnt halt auch so vor allem das ganze Abenteuer in Band 1 und wird natürlich so krass und größer, dass es noch zwei andere Bände gibt. Und ja, die Hörprobe ist aus Band 2, die ihr jetzt gleich hören werdet. Vielleicht habt ihr jetzt schon ein bisschen Lust drauf bekommen, deswegen bleibt ihr noch ein bisschen dran und hört euch auf die Hörprobe an. Es ist kein Spoiler, keine Sorge, ihr bekommt jetzt aus der Legion, also der Realisten, bekommt ihr jetzt einen kleinen Auszug zu hören, wie das so ein bisschen abläuft und dass die Zauberer ein bisschen abmetzeln. Und ja, bekommt ein bisschen das Gefühl dafür, wie dieses Buch aufgebaut ist, wie der Schreibstil ist. Und ich würde sagen, viel Spaß damit. Ich verabschiede mich schon mal und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss! Es herrscht ein heiterer Trubel im Festsaal der Ordensburg. In Massen wurde Wein, Fleisch und die köstlichsten Spezialitäten gereicht. Gebratene Zauben, Beerenfleisch, Wildobst, Pudding. Jeder kam auf seine Kosten. Tradizia, der Haushofmeister, hatte für die Männer der schwarzen Flagge alles besorgt, was das Herz und der Leib begehrten. Frauen, die noch tanzten, später das Bett der Männer teilen sollten, schwirrten um die Tafel wie hungrige Bienen um überreife Früchte. Selbst für die Männer, die Knaben oder Männer bevorzugten, war gesorgt worden. Die Tafel war reichlich gedeckt und an ihrem Kopfende saß Ozan, der Blutlord. So nannten die Zauberjäger ihren Anführer. Kurzes, stoppeliges Haar bedeckte den kantigen Schädel des Anführers, der die schwarz gekleideten Männer gut ausgebildet hatte. Neben ihm saß Rochard, Osans Stellvertreter, und schenkte sich und seinem Anführer großzügig aus der Weinkaraffe die Gläser voll, um diese gleich darauf wieder in einem Zug hinabzustürzen. Zauberjäger Für die Bevölkerung war dieser Name etwas, was man mit Angst aussprach. Sie selbst nannten sich lieber die Schwarze Legion. Fast alle Männer waren Soldaten in der regulären Legion gewesen, ehe sie sich freiwillig für die Einheit gemeldet hatten. Die Grundausbildung war bei den regulären Truppen schon kein Zuckerschlecken gewesen, aber bei der Schwarzen Legion lernten die Männer noch andere Dinge, als mit den Waffen umzugehen. Sie waren Experten im Nahkampf mit der Hand, exzellente Schwertkämpfer, Bogenschützen und Taktiker. Einige waren auf Waffengattungen spezialisiert. Der Deku Hunerik, der seine gut vier Zentner trug, wie andere Männer ein Leinenkleid, war ein Meister des Stockkampfes. Der Stock hatte den Umfang eines Handgelenkes und konnte im Kampf gefährlicher sein als ein scharfes Schwert. Eisen beschlagen und mit Klingen an den Enden war es eine absolut tödliche Waffe. Andere Kameraden hatten eigene Waffen entwickelt, die sie im Kampf einsetzten. Eine Armbrust, die zwei Bolzen gleichzeitig abschoss, oder auch Schwerter, die anstelle einer glatten Schneide eine Zackenschneide aufwies und Wunden riss, die sich kaum mehr verschließen ließen. So verschieden, wie sie als Männer waren, sie einte all der Hass auf die Magierbegabten, die nach ihrer Meinung das Land ins Unglück gestürzt hatten und den Bürgerkrieg mit den Realisten provoziert hatten. Jeder der Männer war in ein langes, schwarzes Gewand gehüllt, das ein Wappen seiner Waffengattung trug. Mit Wimpel über dem Wappen wurde dargestellt, welchen Rang der Mann hatte. Tradija hatte es geschafft, eine Musikertruppe zu organisieren, die im Hintergrund ihre Kunst zum Besten gab. Osan schlug sein Messer gegen sein Weinglas und bat so um Ruhe. Schwanken stand er auf, musste aber von Rochard am Ellbogen gestützt werden. Als Ruhe eingetreten war, erhob der Blutlord seine Stimme, die durch den Alkohol leicht angeschlagen klang. Kameraden, rief er in den Festsaal hinein. Wir fressen und saufen heute, weil uns eine neue, ehrenvolle Mission aufgetragen wurden. Der König hat mir mitgeteilt, dass seine Spione eine Gruppe mächtiger Zauberer im Lande ausfindig gemacht haben, die einen Anschlag auf wichtige Persönlichkeiten des Reiches planen. Unsere Mission ist es, diese Bastarde zur Strecke zu bringen. Er pustete tief durch und nahm einen Schluck aus seinem wiedervollen Weinglas. Morgen werden wir aufbrechen und sie zur Hölle schicken. Begeistert schlugen die Zauberjäger ihre Fäuste auf den Tisch, dass es in dem hohen Raum nur so dröhnte. Ozan hob sein Glas abermals und prostete seinen Männern zu. Ich bin verdammt stolz auf euch. Wir haben es geschafft, die Schneide des Schwertes zu sein, was unser König in den Händen hält, um die Feinde des Reiches zu vernichten. Wieder schlugen die Männer vor Begeisterung ihre Fäuste auf die Tafel. Auch Rochard stimmte in die Begeisterung mit ein und spürte, wie ihm der Schweiß über die Brust lief. Das Amulett, was alle Ordensangehörigen vor der Zauberei schützte, schmiegte sich an seine Haut und klebte durch den Schweiß förmlich darauf. Diese Amulette aus grünem Metall waren der Grund, warum die Männer immun gegen jegliche Zauberwirkung waren, sodass der Vorteil der Zauberei bei ihren Feinden neutralisiert wurde und sie ihnen mit Stahl gegen Stahl gegenübertreten konnten. Jeder der Männer trug eines dieser Metallstücke auf der Haut. Einige hatten sich ein Amulett schmieden lassen, andere ein massives Armband. Das Wichtige war, dass das Metall auf der Haut lag, nur dann entfaltete es seine Schutzwirkung. Der Blutlord saß wieder und griff nach einem Stück Braten, was vor Fett triefte. Rochard hatte genug. Sein Kopf war angenehm schwer vom Alkohol und sein Magen gefüllt mit gutem Essen. Die Frau, die immer wieder volle Weinkaraffen brachte, würde er diese Nacht mit in seine Kammer nehmen. Morgen würde die verkartete Truppe ausrücken und die Zauberer zur Strecke bringen. Alle freuten sich darauf, wieder aufbrechen zu können und ihre Waffen zu gebrauchen. Längere Aufenthalte in der Ordensburg zehrte an den Nerven der Männer. Zwar konnte man diese Phasen mit Übungen überbrücken, aber auf Dauer waren diese Soldaten immer daran interessiert, ihre Waffen auch im Kampf einzusetzen. Einige der Männer hatten seit Bestehen der Schwarzen Legion Angewohnheiten entwickelt, die zum mystischen Ruf der Einheit beigetragen hatte. Prifol sammelte die Skalpe von getöteten Zauberern, andere sammelten Ohrläppchen oder Fingerglieder. Diese Trophäen zeigten die Männer dann bei entsprechender Gelegenheit auch Soldaten aus der Regulären Legion, wenn sie auf welche trafen. Im Gegensatz zu den Männern der Regulären Legion räumte man den Männern der Schwarzen Legion gewisse Freiheiten ein. Im Augenwinkel Rocherts erschien der pralle Ausschnitt der Bedienung, die er sich für diese Nacht als Gespielin ausgesucht hatte. Ihre Brust streifte, wie zufällig, über seine Wange, als sie neuen Wein auf die Tafel stellte. Er merkte, wie das Blut in sein Glied floss und das Verlangen nach ihrem festen Körper durch seine Blutbahnen schoss. Kurz entschlossen schob er seinen Stuhl von der Tafel zurück und verabschiedete sich von Osan, der trotz seines betrunkenen Zustandes wusste, was sein Freund und Stellvertreter im Schilde führte. »Zeig ihr, wie scharf dein Schwert ist, mein tapferer Krieger!«, leite er. Wortlos klopfte Rochert auf die Schulter des Blutlords und entfernte sich. Drei Schritte im Gang zur Küche holte er die junge Frau ein und hielt sie zurück. »Mädchen, stell den Weingrug weg. Für dich habe ich heute eine schönere Aufgabe vorgesehen.« Mit gespielter Schüchternheit schlug sie die Augen nieder. »Aber her! Ich bin von der Küche eingeteilt worden, um zu bewirten. Der Blutlord wird nicht erfreut sein, wenn er keinen Wein mehr bekommt.« Rochert beugte sich vor und sah ihr tief in die Augen. »Mein Liebling, der Blutlord, ist schon so besoffen, dass er nicht merken wird, wer ihm den Wein bringen wird. Ob junges Mädchen oder alte Vettel. Aber glaub mir, mir ist es nicht egal, wen ich diese Nacht mit ins Bett nehme. Bei einer alten Vettel wird mein kleiner Freund nicht seine Vollgestalt entfalten können.« Sanft nahm er ihr die Karaffe aus der Hand und stellte sie in den Gang. Kurze Hand beugte er sich vor und nahm sie auf den Arm, sodass eine Hand auf ihrem Rücken und die andere Hand unter ihren Kniekehlen lag. »Komm mit, heute Nacht wird nicht nur Wein zwischen uns vergossen.« Während der Morgen graute, fanden sich alle Männer nach und nach im Innenhof der Ordensburg ein und bereiteten sich zum Aufbruch vor. Pferde wurden gesattelt, Sattelgurte geprüft und Feldflaschen aufgefüllt. Osan war der Erste, der draußen stand und fertig gerüstet auf die Männer wartete. Rochert kam gähnend durch die Hoftür und steckte erst einmal seinen Kopf in den Wassertrog. Seinen Bündel mit Kleidern und Waffen hatte er auf den Boden gelegt. »Na, hat sie dich ordentlich rangenommen, Schwertbruder?« Osans Stimme war im Gegensatz zu gestern Abend wieder klar und fest. Rochert winkte nur ab und tauchte auch den Oberkörper ins eiskalte Wasser. Das tat gut und vertrieb den restlichen Alkohol, der immer noch in seinen Adern waberte. Als er wieder auftauchte, zitterte er vor Kälte, fühlte sich aber frisch und kräftig. Seine schulterlangen Haare band er sich mit einem Lederband im Nacken zusammen und zog sich langsam an. Ozan kam näher an ihn heran und sprach etwas leiser als gewöhnlich. »Wir werden nach zwei Tagesritten auf den Kundschafter stoßen, der die Zauberer aufgestöbert hat. Er wird uns dann zu dem Versteck führen, in dem sie sich versteckt halten. Und dann werden wir uns die Leute etwas genauer anschauen.« Fast sanft streichelte er bei diesen Worten den Griff seines Dolches. »Ist der Kundschafter vertrauenswürdig?« fragte Rochert. »Bis jetzt hat er uns immer gute Informationen geleistet.« Zufrieden mit dieser Antwort ging Rochert in den Stall und holte sein Pferd heraus. Zwei Tage später trafen sie wie geplant auf den Kundschafter, der sie zu einem kleinen Wald führte, in dem ein paar rohgezimmerte Blockhäuser standen. Ein gutes Dutzend Menschen lebten hier. Nachdem sie alle umzingelt hatten, löschten sie alle Zauberseelen aus und machten sich wieder auf den Rückweg. Es hatte keine Verletzungen unter den Zauberjägern gegeben und alle waren in Hochstimmung. Der Blutlord drehte sich dem Trost seiner Männer zu, die ihrem Anführer in zweier Reihe folgten. »Männer, was haltet ihr davon, wenn wir einen kleinen Abstecher machen und unseren Sieg feiern und in sauberen Betten zu schlafen?« Die Hochrufe der Männer waren ihm Antwort genug und er schlug eine andere Richtung ein. Nach einem ruhigen, dreistündigen Ritt erschien eine kleine, befestigte Holzmauer. Rochert schätzte, dass ungefähr 150 Menschen hier lebten. Unbehelligt passierten sie das Holztor. Allerdings wurde die Truppe misstrauisch, sogar feindselig von den Einwohnern beäugt. Auf der Straße, die sie entlangritten, erstarb jedes Lachen und jedes Gespräch. Die Zauberjäger störten sich nicht weiter daran. Sie waren es gewohnt, dass die Menschen Angst vor ihnen hatten, auch wenn sie nicht magisch begabt waren. Aber an diesem Ort war etwas anders. Die Menschen hatten nicht nur Angst, sondern zeigten offene Feindseligkeit. Eine Frau spuckte vor Rocherts Pferd aus. Ein Mann machte eine obszöne Handgeste. Rochert drängte sein Pferd etwas an Osans. Das gefällt mir nicht. Es riecht hier nach Ärger. Stumm nickte Osan. Ja, mir auch nicht. Aber warten wir ab, ob man uns in Ruhe lässt, wenn wir im Gasthaus einen Sack Gold auf den Tisch legen. Sie ritten weiter die Straße entlang, die für eine so kleine Ansiedlung eine außergewöhnlich gute Oberfläche hatte. Fugenlos wügten sich die Pflastersteine aneinander. Auch die Häuser waren außergewöhnlich gut gebaut. Magie, flüsterte ein Gedanke in Rocherts Kopf. Mit einem Seitenblick sah er, dass auch Osan den gleichen Rückschluss gezogen hatte. Weg hier, das sind Zauberfreunde, sagte er Anführer halblaut. Rochert zügelte sein Pferd und gab das Kommando zum Anhalten. Aber zu spät. Eine junge Frau trat nach vorne und warf ein Ei, was an Rocherts schwarzem Gewand zerplatzte. Mörderbande, schrie sie schrill. Eine andere Frau, die sich auf einen Stock stützte, trat nach vorne und zeigte entsetzt auf Prifolos Pferd, an dessen Satteltasche erbeutete Skalps der getöteten Zauberer hingen. Sie haben sie gefunden und umgebracht, diese Mörder. Sie haben unsere Freunde getötet. Jetzt erschallten mehrere Stimmen. Mörderbande, schlechter, verfluchtes Pack. Immer mehr Menschen liefen zusammen und umringten die Zauberjäger. Prifol ritt aus der Formation und zog sein Schwert. Verschissene Zauberfreunde, schrie er den Menschen entgegen. Schämen solltet ihr euch. Macht gemeinsam Sachen mit dem Zauberpack. Verrecken sollt ihr alle. Usan brüllte, Waffe weg und zurück in die Formation. Aber zu spät. Ein junger Mann legte Hand an Prifols Zügel, was das Pferd scheuen ließ. Auf der Stelle ließ Prifol sein Schwert auf den Mann niedersausen und spaltete ihm den Schädel. Verflucht, entfuhr es Rochert. Wütende Bewohner umzingelten die Zauberjäger und zogen ihrerseits die Waffen der einfachen Menschen. Messer, Knüppel, Hämmer, Äxte. Ohne zu zögern schlug Prifol erneut zu und er schlug eine Frau, die seinem Pferd zu nahe kam. Die Gewalt, die jetzt ausbrach, war der Ausdruck puren Hasses. Brullend stürzten sich die Menschen auf die zusammengedrängte Gruppe und schlugen auf alles ein, was lebte. Die Männer der Schwarzen Legion zogen ebenfalls ihre Waffen und das Töten begann. Als sie wieder vortritten, stand alles, was sich innerhalb der Befestigung befand, in Flammen. Die Schwarze Legion hatte ein halbes Dutzend Brüder verloren, die quer und mit einer Decke bedeckt über ihren Sätteln hingen. Da keiner mehr Familienmitglieder hatte, würden sie einen Platz in der Begräbnisstätte der Ordensburg finden. Jeder der Männer war mit Blut verschmiert, entweder dem eigenen oder dem der Erschlagenen. Das Fleisch der Toten, was hinter ihnen brannte, verströmte einen Geruch, den die wenigsten bis zu ihrem eigenen Tod vergessen würden. Nachdem ihre Brüder zu Hause bestattet worden waren, überreichte Rochard dem Blutlord sein Schwert. Ozan wusste, dass er seinen Freund nicht aufhalten konnte. Mit einer kurzen Umarmung verabschiedeten sie sich und wenig später verließ Rochard die Ordensburg, um einen neuen und besseren Weg zu beschreiten. Ausgleichen Ausgleichen Vielen Dank.